Herr Dr. Seifert, was kann ich für Sie tun? Ich brauche den Datenstick um jeden Preis zurück. Und es darf keine Zeugen geben, unter gar keinen Umständen. Es wird keine Zeugen geben. Dafür bezahlen Sie mich. Ich will meinen Sohn. Haben Sie, was wir wollen? Los, bring den Jungen raus. Auf und runter. Oder ich schieße ihn. Tja, Herr Dr. Seifert. Dann müssen wir jetzt wohl jemand anderen finden, der unser Geld wäscht. Aber wieso denn? Schöne Grüße aus St. Petersburg. Okay, Jungs. Verschaubt das restliche Geld. Wir machen den Abflug. Lass die beiden verschwinden. Und saug dafür, dass keine Spuren zurückbleiben. Wenn ich jetzt abdrücke, dann hast du nicht mehr den Schuss. Wissen Sie, wie viele hundert Millionen das sind? Wir beiden Hübschen werden doch bestimmt eine Lösung finden, oder? Ich bin deutscher Polizist, du Arschloch. Nein! Ich bin deutsch. Ich bin deutsch. Ich bin deutsch. Das war's für heute. Das war's für heute.